Wir optieren zur Steuerpflicht, wir verzichten auf den Kleinunternehmerstatus, auf die Steuerbefragung, damit wir den Vorsteuerabzug aus dem Kauf der PV-Anlage Geld machen können. Das ist die glänzende Seite der Medaille. Die dunkle Seite ist, dass wir unseren Selbstverbrauch besteuern müssen. Dieser Selbstverbrauch muss nach bisheriger Auffassung mit dem fiktiven Einkaufspreis besteuert werden. Wir klären heute, wie hoch der Vorteil aus dem Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung ist. Dabei werden wir leider feststellen, dass sich heute ein ganz anderes Ergebnis ergibt als noch vor einem Jahr. Unsere Berechnungen können Sie sich auch kostenfrei zusenden lassen. Wir werden heute dabei zwei weitere Fragen aufgreifen. Und zwar die erste Frage. Die Bindefrist für die Regelbesteuerung beträgt fünf Jahre. Warum können wir aber in vielen Fällen trotzdem erst nach dem sechsten Jahr zur Kleinunternehmerregelung zurückkehren? Und die zweite Frage. Wir fragen uns, ob die Auffassung des Finanzamtes zur Bewertung mit dem fiktiven Einkaufspreis unangefochten richtig ist. Wir meinen, nein. Mein Name ist Stefan Mücke. Wenn Sie Steuerzahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Wir optieren zur Steuerpflicht. Wir verzichten auf den Kleinunternehmerstatus, auf die Steuerbefreiung, um den Vorsteuerabzug aus der PV-Anlage gelten machen zu können. Die schöne Seite der Medaille, der Vorsteuerabzug. Wir ordnen unsere PV-Anlage mit 100% dem Unternehmensvermögen zu. Voraussetzung hierfür ist, dass wir die 10%-Hürde nehmen. Das heißt, mindestens zu 10% Strom verkaufen. Und dann machen wir den Vorsteuerabzug geltend, und zwar für 100%, für die komplette Anlage. Die andere Seite der Medaille, wir müssen jetzt unseren Selbstverbrauch besteuern. Nach bisheriger Auffassung ist die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch ausgehend von dem fiktiven Einkaufspreis zu berechnen. Wenn wir unseren Strom bisher für 20 Cent netto beim Stromversorger eingekauft haben, dann wären 20 Cent zu berücksichtigen. Soweit die bisherigen Grundlagen. Berechnen wir nun den Vorteil aus der Umsatzsteuergestaltung mit dem Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung. Unsere Anlage kostet 20.000 Euro. Die Vorsteuer daraus 3.800 Euro. Bei einem Selbstverbrauch von 8.000 Kilowattstunden pro Jahr und 20 Cent fiktiven Einkaufspreis ergibt sich ein Wert von 1.600 Euro. Bei 19% die jährliche Umsatzsteuer daraus dann 304 Euro. Nach 5 Jahren Ablauf der Bindefrist für den Kleinunternehmer beträgt die Summe der Umsatzsteuer aus dem Selbstverbrauch dann insgesamt 1.520 Euro. Der Vorsteuerabzug aus dem Kauf der PV-Anlage beträgt 3.800 Euro. Saldiert beträgt also unser Vorteil nach 5 Jahren insgesamt 2.280 Euro. Dafür rentiert sich der Aufwand aus den Umsatzsteuervoranmeldungen im ersten Jahr und die 5-Jahres-Erklärung. Das meinen wir zumindest. Was ist aber, wenn die Strompreise zukünftig ab 2023 nicht mehr 20 Cent, sondern beispielsweise 50 Cent betragen? Dann wird unser Vorteil schrumpfen. Nehmen wir 50 Cent fiktiven Einkaufspreis ab dem Jahre 2023 an. Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch beträgt dann ausgehend von 4.000 Euro Bemessungsgrundlage jährlich 760 Euro statt bisher 304 Euro. Der Vorteil beträgt dann nach 5 Jahren aufgrund der höheren Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch von hier 3.344 Euro dann nur noch 456 Euro. Es ist dann schon sehr subjektiv zu betrachten, ob sich das noch lohnt. Aber zumindest noch kein Nachteil, kein Schuss ins eigene Knie. Wenn der Strompreis auf, nehmen wir einmal an, 60 Cent steigen würde, dann legen wir tatsächlich mit der Option zur Umsatzsteuer drauf. Die zu zahlende Umsatzsteuer beträgt dann nach 5 Jahren insgesamt 3.952 Euro und übersteigt damit den Vorsteuerabzug von 3.800 Euro. Dann wäre die Option also keine gute Entscheidung. Ob bzw. welchen Gewinn wir aus der Umsatzsteueroption noch machen, hängt also von der Strompreisentwicklung ab. Klar ist eines, der Umsatzsteuervorteil wird niedriger ausfallen als bisher gedacht. Wenn wir mit 40 Cent Nettoeinkaufspreis bei diesem Modell rechnen, dann bleibt der Vorteil bei knapp 1.100 Euro übrig. Aber nur dann, wenn die bisherige Auffassung zur Bewertung des Selbstverbrauchs richtig ist. Dazu gleich noch mehr. Die Berechnungen hier können Sie sich kostenfrei als PDF zusenden lassen. Senden Sie hierzu einfach eine Mail an ustvorteil-at-mücke.de und Sie erhalten automatisiert und sofort die Berechnung übermittelt. Wenn Sie für Ihre persönliche oder zukünftige Anlage die Berechnung ganz konkret und anlagenspezifisch durchführen wollen, dann erhalten Sie gerne die Excel-Datei für eine kleine Aufwandsentschädigung von 10 Euro übermittelt. Das Gute an dem Tool ist, dass Sie damit auch noch prüfen und berechnen können, ob Sie nach 5 Jahren zur Kleinunternehmerregelung zurückkehren sollten oder lieber 6 Jahre abwarten. Wieso 5 oder 6 Jahre? Die Bindefrist für den Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung beträgt ja 5 Jahre, 5 Kalenderjahre. Die Frist beginnt also immer am 01.01. eines Jahres und endet am 31.12. Wir haben aber noch eine zweite 5-Jahres-Frist, die Frist für die Vorsteuerberichtigung. Bei dieser Frist geht es aber um Zeitjahre und diese Frist läuft ab der erstmaligen Verwendung. In unserem Beispiel hier hatten wir unsere Anlage am 01.01.2022 in Betrieb genommen. Nehmen wir stattdessen unsere Anlage erstmals ab dem 01.12.2022 in Betrieb, dann ändern sich die Verhältnisse. Unser Selbstverbrauch wird im ersten Jahr dann natürlich keine 8.000 Kilowattstunden betragen, sondern nur 300. In den Folgejahren gehen wir wieder von 8.000 Kilowattstunden Selbstverbrauch aus. Wir sind in diesem Fall ab dem Jahre 2022 Unternehmer. Die 5-Jahres-Frist endet am 31.12.2026, also im Jahr 2026. Der Vorsteuerberichtigungszeitraum, der läuft aber erst ab dem 01.12.2022 mit der Inbetriebnahme der Anlage, Zeitdauer 5 Jahre, und endet damit erst am 30.11.2027, also später als die Bindefrist zur Kleinunternehmerregelung. Wenn wir ab 2027, also nach Ablauf der Bindefrist zum 31.12.2026, zur Kleinunternehmerregelung zurückkehren, die Frist für die Vorsteuerberichtigung aber erst am 30.11.2027 endet, dann müssen wir ja für 11 Monate die Vorsteuerberichtigung bezahlen. Die Berichtigung beträgt pro Monat ein Sechzigstel von 3.800 Euro, die Vorsteuer aus dem Anlagenkauf. Das sind 63 Euro für 11 Monate, insgesamt 697 Euro. Unser Vorteil aus der Umsatzsteuer beträgt dann bei 40 Cent angenommenen fiktiven Einkaufspreis nur noch 659,660 Euro. Was ist, wenn wir nicht 2027, sondern 2028 zur Kleinunternehmerregelung zurückkehren? Dann ist die Frist für die Vorsteuerberichtigung abgelaufen und wir müssen diese nicht mehr bezahlen. Wir müssen dann aber für 2027, das sechste Jahr, die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch bezahlen. Bei 40 Cent und 19 Prozent sind das 608 Euro. Der Vorteil aus der Umsatzsteueroption beträgt dann in diesem Fall 748 Euro. Ja, der Vorteil aus der Umsatzsteuer ist also jetzt von zwei Fragen abhängen. Frage 1. Wie entwickelt sich unser Strompreis? Bei 20 Cent hatten wir einen Vorteil in unserem ersten Beispiel von 2.300 Euro. Im letzten Fall beträgt der Vorteil nunmehr nur noch ca. 700 Euro. Aber die zweite Frage. Ist es denn überhaupt richtig, dass die Stromentnahme mit dem fiktiven Einkaufspreis bewertet werden? So ist ja die bisherige Rechtsprechung und Auffassung der Finanzverwaltung. Wir haben Thesen entwickelt, warum diese Auffassung nicht unangefochten richtig sein muss. Diese stellen wir Ihnen in Kürze vor. Wir wollen in dieser Frage auch einen Musterprozess prüfen. Schauen Sie sich also unbedingt unser nächstes Video hierzu an. Gibt es Spannenderes als Steuern? Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.